Ja, das schaut irgendwie geil aus. Hallihallo Lüchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Monster. So, und aufgrund eines kleinen Zwischenfalls, das letzte Mal, muss ich mir jetzt hier meine Gene wieder spritzen. Äh, ich glaube, ich hab dich hier oben extra reingetan, weil du hier, äh, genau, alles wieder drauf hast. Dann hab ich jetzt Speed und jetzt hab ich wieder Bleibniss und jetzt sollte hier auch alles wieder funktionieren. Haust du jetzt von mir ab? Ja, das ist schön, das ist schön. So, hier unten hab ich jetzt noch keine Energie. Was da das Problem ist, da will ich hier unten noch ein bisschen, äh, die Energieversorgung mit hinmachen und die dann mit Kabeln hochführen. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht alles reinstellen, weil das wär dann komplett ohne Energie. Äh, das heißt theoretisch bräuchte ich die Zentrifuge, Zentrifuge da drüben, um mein Blut hier mal wieder, äh, ich kann dich so nicht abnehmen, äh, so. Um mein Blut hier mal wieder durch zu zentrifugieren. Wo kann ich dich denn hier am besten hinstellen? Äh, Zentrifuge. Willst du mir jetzt sagen, hohe CPU-Auslastung, woher denn? Wenn ich hier hinschaue, hab ich auch keine hohe CPU-Auslastung. Ich hab jetzt eine CPU-Auslastung von 70%. Das ist nicht hoch. Was ist das denn, Ernst? Ich wollte schon sagen, es ist Tag, aber das ist mein Helm. Äh, so. Dann haben wir hier wieder die Spritze und können hier den hier wieder zurückstellen. Hm, ah, ich will durch die Tür. Danke. Auch mal wieder ein bisschen essen. Ich könnte ja mit dem hier auch Gras essen, aber das ist so wenig, was ich da bekommen würde. Äh, wie schaut's denn jetzt hier aus? Das Lava-Turm-Technisch ist hier gut gefüllt. Ja, kann ich hier mal wieder ein paar abnehmen. Dumm, 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 dumm. Ich weiß nur nicht, wie ich das dann komplett erledigen soll mit den, äh, Ingots. Aber das, die explodieren, finde ich ein bisschen blöd. Also, ziemlich blöd. Ob ich die irgendwie anders machen kann. So, soll das hier ungefähr da sein. Hm, Basalt bräuchte ich dann noch. Dann würde ich den Weg hier vielleicht aus Basalt machen und den Rest aus diesem Marble. Marble-Cover. Es ist halt immer die Frage, wie ich das hier hinbekomme. Mit dem Setzen. Weil das ist ziemlich nervig. Ich lasse jetzt hier einfach mal die Fackel unten drunter. Ist ja eigentlich egal. Äh. Jo. Du musst hier schon mal eingebaut werden. Dann muss um dich rum Glas werden. Ich weiß, die hier hinten sind jetzt eher weniger notwendig. Aber ich wollte hier einfach mal einen kleinen Abschluss da hinten haben. Hm. So, theoretisch müsstest du bis hierhin raus. Und da gestern Basalt. Äh. Da hin. Da, wie mache ich es? Da. Ich überlege mir was Schönes. Ich überlege mir was Schönes. Immer wieder gut. Äh. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt schon mal. Das war falsch. Hier jetzt schon mal diesen Fahrstuhl. Das ist schon mal nicht schlecht. Dass ich diese blöden Platten auch jedes Mal falsch hinsetze. Jedes Mal. Du hast genug im Inventar. Zieh sie dir doch. Nein. Äh. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Jedes Mal, wenn ich mit diesen Platten arbeite, werde ich wahnsinnig. Kann ich so? Ich kann so auch hoch. Auch wenn ich Schiff drücke. Äh. Das ist blöd. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Du musstest dich da jetzt hinsetzen, oder? Es war keine andere Wahl möglich. So. Und nach oben. Äh. Es wird wieder Tag, oder wird es Nacht? Ich kann es nicht so genau sagen mit dem Helm. Ich glaube aber, es wird wieder Tag. Weil vorhin mich das eine Monster da angegriffen hat. Äh. Ihr müsst hier mal wieder verschwinden. So. Und das hier. Wie viel haben wir denn jetzt? Kobbel. Es könnte. Es könnte. Versuchen wir es einfach mal. Äh. So. Dann hier raus. Und. Nochmal. Sechs. Es reicht genau. Es reicht genau. Ja. Es reicht genau. Dann brauchen wir quasi, äh. Die hier. So. Und da außen rum. Die Unstable Ingots. Ingots. Unstable. Ja. Dass du aber innerhalb von 10 Sekunden explodierst, stört mich. Wir könnten es mal versuchen, ob wir schnell genug sind. Und. Dafür bräuchte ich hier vier. Vier. Holen wir uns noch eine andere Werkbank dafür. Äh. Work. Nee. Table auch nicht. Ähm. Ähm. Crafting. Nee. Ich hab keine mehr. Dann brauch ich Holz. Ganz viel Holz. Eigentlich nur für Stücke, aber ganz viel Holz. Was mich jetzt interessiert, wenn die hier drinnen bleibt. Ich versuche mal kurz was. Ähm. So und so. So. Oder andersrum. Andersrum. Natürlich. Ich kann euch in so einer Werkbank also nicht machen. Äh. Ja. Habe ich glaube ich das letzte Mal auch schon probiert. Ähm. Was passiert denn dann, wenn ich euch in einer normalen crafte. Und dann sofort drüber ziehe. Ich hätte vielleicht auch auf craften klicken sollen. So. Teilweise. Ein bisschen. Äh. Jetzt sind hier lauter Crafting Benches. Äh. Oder Tables besser gesagt. Ähm. So. Gumm. Das war noch niemals 10 Sekunden. Niemals. Vergiss das. Was soll denn der Mist? Wollte mich jetzt komplett veräppeln. Wo bitteschön waren das hier 10 Sekunden. Äh. Wird mal wahnsinnig. Ich kann hier jetzt nicht mehr mehr fliegen. Mann. So. Äh. Du musst. Ne. Wo habe ich ihn? Ach. Da. So. Spritze. Das hier angezogen. Spritze rein. Spritze wieder genommen. Ist ja noch angezogen. Und den Rucksack aufgesattelt. Sowas finde ich echt blöd. Äh. Ja. Genau. Hier hin. Hm. Ja. Wie soll ich denn das dann machen? Ich hätte ja auch alles dafür. Nur irgendwie will das hier nicht reagieren. Und. Hm. Naja. Irgendwie muss ich das dazu bringen. Stabil zu bleiben. Wie haben ich denn das das letzte Mal gemacht? Mit dem. Äh. Zauberstab. Habe ich jetzt eigentlich alles wieder eingesammelt? Theoretisch ja. Also mir fällt jetzt nichts auf, was fehlen würde. Schreibt mir mal bitte, wie ich das hier am besten machen soll. Ah. Okay. Also es wird explodieren, wenn das Craftingfeld geschlossen ist. Also muss ich wirklich nur extrem schnell craften? Ich versuche jetzt noch einmal und wenn es nicht funktioniert, dann hole ich mir das Portal und Opfer quasi dafür, diese Dinger hier. Dafür brauche ich noch Eisen. Iron und nicht Eiren. Hm. Vier. Und vier Dias. Das kostet so viel Dias. Portal. Okay. Habe ich alles dafür? Ja. Habe ich. So. Äh. Und wieso funktionierst du nicht? Wieso nicht? Das. Das wollte nicht. Das wollte nicht. Wieso nicht? Ich habe doch alles dafür. Sieben, die Triple und die Quadruppel. Weil es schon kurz vorm Explodieren ist. Ne. So rum. Jetzt wird es aber erst recht nicht funktionieren, oder? Ne. Ich kann hier aber auch nichts machen. Sobald ich rausgehe, bin ich wieder tot. Hm. Ja, wie mache ich das hier am besten? Ne, jetzt liegt da auch die Spritze. Das heißt, sie wird explodieren. Das ist ja mal richtig blöd. Hm. Okay. Respawn. Dann ebenso nicht. Dann. Den hier anziehen. Da alles rein. Und dann auf in den Game-Mod. Und mir dieses kleine Portal holen. Weil irgendwie hat es jetzt überhaupt nicht funktioniert. Und ihr seht, ich habe ja alle Teile dafür. Ich will nicht die ganze Zeit wieder sterben. Hm. So, wo ist denn alles? Wo ist hier alles? Komm, ich hatte doch wesentlich mehr. Hallo. Hallo. Wo ist alles hin? Hallo? Also irgendwas hat da jetzt gerade überhaupt nicht funktioniert. Äh. Hallo? Ich bin dann mal wieder zurück, wenn ich das Ganze geregelt habe. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt mal alles wieder zurückgeholt hier. Ähm. Ein paar Teile habe ich noch gefunden. Aber manche Teile musste ich mir wieder neu herstellen. Und das fand ich blöd. Ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war mal schneller mit dem Ganzen hier unterwegs. Aber das geht so auch noch. Und ich habe mir dabei noch dieses Portal geholt. Jetzt endlich. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch hier rein. Ich hatte hier heute genug Aufregung. Will hier einfach nur schauen, was es hier so gibt. Und dann Ende. Jo. Downloading Terrain. Und mit Monster. Ich werde noch ein bisschen bauen und sowas. Aber theoretisch ist es jetzt so ziemlich mit am Ende. Und da ist die Frage, was kommt als nächstes? Was habt ihr euch denn? Oder was wünscht ihr euch denn als Projekt als nächstes? Es gibt ja einiges, was man machen kann. Es gibt ja auch einige Mod-Packs. Hm. Vielleicht kommt in der Zwischenzeit auch noch was Neues raus. Also. Ähm. Ich wollte mir hier irgendwas nach unten bauen. Wenn ich das hier sehe. Damit ich. Woher zur Hölle bekomme ich Schaden? Was? Wie? Was zur Hölle ist denn das? Äh. So. Guckt, Fisch. Wieso bin ich so langsam beim Fliegen? Wenn ich die hier ausziehe, ist es normal. Wenn ich nur die Leggings anziehe, bin ich schneller. Okay. Also irgendwie bekomme ich hier unten Schaden. Facken. Habe ich hier auch noch welche? Bekomme ich hier komplett Schaden, wenn ich nach unten fliege? Ne, eigentlich nicht. Ich bekomme doch hier keinen Schaden. Wieso habe ich da gerade Schaden bekommen? Könnte mir das hier mal bitte einer verraten? Ich mache mir hier mal so dieses Ding hier hin. Vielleicht hilft mir das, den Ausgang wieder zu finden. Und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ah komm. Hauen wir alles drauf. Äh. Na los. Ich will hier alles setzen. So. Jetzt habe ich wieder Schaden bekommen, aber wodurch? Hm. So müsste ich das hier eigentlich immer gut sehen können. Ich ziehe hier mal mein ganzes Zeug wieder an. Ja, wegen dir Schaden bekommen, das verstehe ich ja noch. Bist du hier so ein... Das schaut irgendwie geil aus. So ein Pfeiler, der die Welt stützt. Äh. Diese ganzen blöden kleinen Teile hier zwischendrin. Nein. Wieso bekomme ich hier jetzt wieder Schaden? Wieso zur Hölle? Was mache ich denn hier falsch? Ich sterbe. Bei Shadows White Fighting Skeleton. Respawn. Wisst ihr, so langsam habe ich keine Lust mehr heute. Ich hole mir jetzt mein Zeug wieder. Aber offscreen. Und sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich werde da nicht mehr reingehen. Und ich habe auch keine Lust mehr hier irgendwas mit diesen blöden Ingots zu machen. Mit diesen Unstable Ingots. Also. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.